Möbel Hayat genießen Scheiße Das war schon scheiße, die Leute schauen uns an. Nein, nein, ich denke, dass ihr ihr wollt habt. Was ist das Wasser, was wir gerade tragen? Frag dich mal, wie viel ein Wasser kostet? Nein, nein. Dicky, sonst will der Tag. Was sind Sie da? Dankeschön, Sie müssen diese auch bringen. Die Maske ist sehr in Ordnung, dass der Tag an der Fahrt her. Das ist es für dierenste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, kurz, kurz ey, erstmal in der Nähe von der Dusche, weil wir durch noch mal nach dem Wasser gehen. Ja. Ja, genau, das ist total mit der Wettbewerbung. Ja, scheiße. Gute Qualität. Die Wettbewerbung. Die Wettbewerbung. Gute Qualität. Das kannte ich, das war wieder von Acker aus der Kontrolle. Die wollen nahe in die Dusche. Ja, Bre hier passt schon, oder? Oh, dass wir also auf den Autos morgen wiederholen. Die Wettbewerbung. Die Wettbewerbung. Ja, das war. Das war die Wettbewerbung. Ich weiß, was ihr das für heute? Joll, die Wettbewerbung geräusche. Es ist so wild, Diggi, es ist so wild. Gute Haar, Gute Haar. Aus dem Weg, wir jagen wieder. Schau mal an, wie schön, du schaust hier links rein. Die ganze Zeit ist ein bisschen zu ruhig. Ja, aber... Und es ist schon echt weit weg von der Stadt. Von der Stadt, ja. Ja, das ist ja ganz schön. Aber es ist fertig. Boah, das ist auch so gräschig gesucht. Ja, die Familie, Habibi. Boah, das sind die Hälfte im Ball. Oh mein Gott. 385 Ideal, aber ich hab dir gesagt. Stell dir vor, wir hätten hier noch Sourcreme Soße. Ja, Mann. Ich hab zu viel. Das ist Chips Ammona Queen, das ist kein Pommes. Das ist kein Pommes mehr. Das ist heftig, ich war Ammona. Ich mein's auch, ja. Aber stell dir mal vor, wir hätten noch Teil. Wir hätten echt da noch Sourcreme Soße. Es müsste so gräschig sein, das ist ja heftig. Boah, 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 schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Gute Hafein. Gute Hafein, Habibi. Gute Hafein, Habibi. Wenn das nicht das Heftigste ist, was ich jemals gesehen habe. Ja. Du, ja, guten Appetit. Kannst du dir verdienen? Danke. Oh mein Gott, Zerzicke Soße. Gute. Scherbe. Ich glaub, ich hab gerade einen Schemmel. Oh mein Gott, Mann. Bro, ich hab's dir gesagt. Sei ehrlich. Sei ehrlich, Bruder. Ab jetzt haben wir immer Probleme und holen hier einen Beeren. Und nach dem Strand kann man das immer, gell? Mit Pommes, Habibi. Ohpala. Das Fleisch ist zu wild. Ich schreit einfach. Spaß. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Es ist super geil. Super geil. Super geil. Ohpala. Ohpala. Ja, 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 ja! Ich glaube, es ist ein kranker Kippo. 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 Er liegt ein kranker Kippo.